Was ist eigentlich letztes Mal passiert in diesem Tricks-Game? Warte mal kurz rein. Fast hättest du mich bekommen mein Freund, also fast hättest du mich bekommen. ... ... ... Oh, 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 oh! Ich will in dem Möset ab. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das für ein Haus? Bitte. Was ist das für ein Haus? Das ist verrückt. Das ist komisch. Recently, I see just one dream. Zurzeit sehe ich nur ein Traum. Mein Junge mit mir wieder ein Feind. Wieder einmal. Wir laufen durch die Höhlen von Bluestone. Reden über irgendetwas. Mein Doktor denkt aufgrund meiner Inhabilität. Du kannst sie mit dem Departor. Hier ist richtig. Blablabla. Dein Fresselänger. Gar kein Kopf für dich. Irgendwas mitten. Alles klar. Wisch das Spiel bis jetzt? Bobber. Geil. Gefällt mir richtig. Diese Chesspiele sind ein bisschen verrückt. Vielleicht kannst du sie benutzen. Geile Mechanik. Die gefällt mir. Dame. Dame. Der liegt noch ein. Digga. Dame. König ist der mit dem Kreuz immer. Und da ist ein Kreuz drauf. Das ist ein König. Das kann keine Dame sein. Haller, du willst mich verarschen. Ja gut. Probier ich es andersrum. Ich will mich verarschen, gell. Das ist die Dame, Digga. König hat Krotten. Neue. Ach du Scheiße. Ist das ein Fall? Ich sehe Dinge. Es ist alles gut. Okay. Ich... Ich fühle mich nicht gut. Hörst du den Schuss? Dieses Geräusch. Was machen wir hier? Weiß ich nicht. Du willst doch was klauen die ganze Zeit. Du zipp... Ich erinnere mich jetzt. Wir sind die gleiche Leute, richtig? Wir haben ja ein Ziel. Wir wollen uns verstehen, wer war mit uns. Wer war mit uns? Wer war wirklich diese Dinge? Das ist eine natürliche curiosity. Es ist nichts Ungewöhnlich. Ich höre eine Frau. Sie wollte ihre Sonne zurück. Sie wurde lied zu. Sie können nicht. Sie können nicht. Sie hören können? Sie sind... Sie sind sehr wichtig. Sie können nicht sagen. Sie sind. Sie wollen sagen. Sie können, Sie können nur etwas sagen. Wer lighten diese Kondeln? Ist jemand hier? Hier. Zones. 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 Zones who built this place, and those who came here later. Von dem Platz hatte ich alles zu bringen, zumindest temporärerlich. Alle pieces waren in place, aber ich habe versucht für ein Monat, und es war alles für nichts. Ghosts, Rams und Pigs Ich habe mehr als ein Tausend von Tiere und nichts funktioniert. Herz, Gehirn und Leber. Ich muss noch einen Donner finden. Vielleicht wird mein Herz auch wieder sein. Also, er hat diesen Ort hier gefunden und meint, ey, wir haben alles. Das ist der perfekte Ort, um ihn wieder zu beschwören, wieder zu bringen, wieder herzubringen. Ich weiß nicht, über wen er redet. Herz, Leber, Lunge, alles hat er geopfert, Tiere, Schwein, alles. Und am Ende hat er wahrscheinlich sein eigenes Herz gegeben. Und das sieht so aus, als ob das der Ort ist. Jetzt geht ihr zu, Digga. Können wir das mitnehmen? Oder irgendjemand, oder irgendetwas wollen die wieder beschwören? Worauf ich eigentlich kein Bock hab. Ist ja nicht mein Gott, Digga. Beschwört, Mensch. Hol' doch alleine zurück, Digga. Krank, ekelhaft. Digga, zum Glück hab' ich gestoppt. Allah, Kursen. Was wär passiert, wenn ich jetzt gerade ausgelaufen wär' Mensch. Ist ja auf meinen Kopf gekommen, Digga. Passt doch, könnt ihr denn... Passt doch ein bisschen besser auf, Mann. Schrauben nachziehen, Digga. Könnt ihr hier nicht ein bisschen putzen, ist schon verstaubt alles. Mensch, es ist halt um Sex, Digga. Sen tut mir umsat, sen backt mir, Digga. Ich bin nur ein sexy Boy. Ich bin nicht dein Junge, Toy. Ich bin nur ein sexy Boy. Ich bin nicht dein Junge, Toy. Wuffel, mein Schatz. Danke für deinen Subscribe, Bruder. Ach, du hast eins verschenkt an Cody. Hammer, du hast schon insgesamt drei Stück verschenkt. Dankeschön, Bruder. Danke sehr. Das ist mein Musik-Style, Digga. Was bist du für'n Fisch? Allah, Allah, der ist aus Gold, Digga. Einfach mitnehmen. Das ist was wir suchen. Pull die Lever. Pull die Lever? Was soll ich pullen, Digga? Ich... kann... fokuss... Ich höre... ... etwas... ... konstant... Es ist jemand hier. Geh zurück. Jetzt! Nein, dann. Sie werden für mich kommen. Sie müssen zurückkommen. Er braucht ihre Parten. Sie werden für mich kommen. Er braucht... ... die Sacrifice. Ja, lass mich rein. Ich Sacrifice dein Leben, Digga. Wallah, Billah, du Lappen. Ja, aber was ist unser Dad jetzt? Wenn die Leute sehen, dann passiert nichts. Ja, ja. Wenn er... ... er... ... ist hier... ... ist hier... ... für dich... ... für dich... ... für dich... ... was bist du... ... du Lappen... ... ekelhaft, Digga. ... 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 Was ist der Walther? Wohin, Wohin! 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 Diese Altarzerrugung knifze sind auf meinem Hand, die Beste ist warm, ja, Wohin! Wohin! Er hat Wohin! 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 Und Lever! Diese waren seine Geburtstage. Sie halten ihn hier. Sie halten ihn hier! Sie halten ihn hier! We know what to do! You know what to do? What should I do? Hallo? Ist das ein Herz? This is Gliber! He is here! Gliber this! Danke für den Fallo, Digga! Gliber! 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 Wieso. Going schlug da aus? tellas Gliber! Wieso schleicht der Deckel vost? Was ist das? Dicke! This... he... is here... Faster! Faster! Look for the other part! This heart is here, bro, but I don't come right here because the fish is right before me. I have to go in the circle. Damn it! Faster! Go ahead with you! Go ahead! Dreckish fish, man. I can't understand it now. Sorry. He needed a new heart. I had to do something. Plan? What? What? I'm sorry. What are you doing now? We have an electronic lock here. This system is a bit more... Damn! Well, we must do it anyway. At least we must try. Get in. Why is there a fire here? Was it a cleaning lady? Probably. She wouldn't be here at night. Nothing to worry about. Did you manage to open it? Good. But... Are you sure that you want to go in there? Sometimes, ignorance is bliss. Sometimes, ignorance is bliss. Well then, let's take a walk. You already know the drill. Someone will come, and this someone will try to kill you. The question is... Who's it gonna be? Who's it gonna be? Don't think about what you saw. Just look away and ignore it. You always did that very well. Highlight digger! Krankes game, wallah. Gleil. Lohnt sich. Jeder Cent lohnt sich. Für 6 o'clock can man nix sagen. Total goes game. jetzt redet die stimme mit mir und sagt zu mir bla 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 und so jetzt sagt also jetzt jetzt geht es um horror geben die stimme sagt zu mir du weißt ganz genau dass du gejagt wirst aber du weißt doch nicht wer es ist also mal gucken dann sagt der scheiß drauf ignoriert es was du gesehen hast du ja immer bekommt ein moment in life when you just feel trapped machst du servus es gibt es geld egal ok kürzlicher aus wie komme ich jetzt hier raus wir haben eine Pflanze hier durch durch und durch damit kann ich nicht interagieren und was kann ich hier interagieren und wenn es scheint, dass es keinem zu gehen ist, dann kannst du keinen Weg rausnehmen Digger krank war klar Digger, war sowas von klar was ist passiert in dieser Haus? warum bin ich zurückgegangen? Sie haben sichergestellt, dass es etwas über das oder vielleicht das anders hast du nicht zu denken über das all Was für ein abgefucktes Game, Alter. Dicker, was für ein Psycho, gell. Hört ihr das? Der Typ redet mit mir. Der sagt, Chey, du hast dich schon umgebracht und so. Ich hab ne kleine Überraschung für dich. Das ist die Drecksgarage und Tür, wo wir rausgekommen sind. Du bist hier seit langem, hast du? Jeder neue Arbeit begann mit diesem Auto. Was warst du, als du zu diesem Haus gegangen bist? War es, ich mache das für meine Familie? Oder, das ist der letzte für sicher? Na ja, du warst richtig über das. Das ist klar. Ah, ich spiele es. Ich empfehle es jedem. Okay. Krank. Oh, für ihre Sache. Your favorite thought, huh? They never asked you for this. But you were so sure that you stole only because of them. And adrenaline rush has nothing to do with it. There's only one thing you need to do before you leave. Let's check how well you remember things. Open the fuse box and cut the blue wire. It was the easiest thing ever. You only had to cut the blue wire. Do you really want to return to your family? Well, maybe you'll find a normal job. Eight hours a day, six days a week. You'll be reliable, consistent, boring. No. You've always thought that you were too good for a regular job. Nächstes Mal bei House on the Hillmash. Pfff, dieses Schemdinger. Just can't be true. Oh my god, he's done. And I'm not saving him. I'm not saving him. I'm not saving him. It's a pity that acceptance cannot fix the past. You know you killed them and you will remember this. No matter what you will imagine next, we will be together. Forever. Fuuuuuuh. Pff... It was a house, where the wife was lying. No, it happened to the house only in his head. It's similar to his head. Faisal man? Faisal man? Untertitelung des ZDF, 2020